Hallo, willkommen beim Bake Club. Wir sind Ben und Bällchen und wir machen heute einen richtig schönen rustikalen Kuchen. Genau, und zwar handelt es sich dabei um einen Streuselkuchen mit einem ganz saftigen Quarkölteig und da kommen dann auch noch Äpfel drüber und ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, wie zum Beispiel Pflaumen, kommt auch super lecker. Wir machen es heute mit Äpfeln und wie immer findet ihr unten in der Beschreibung die Zutaten, die dafür benötigt sind und wir legen jetzt mal los. Ja, ich bin bereit zum kneten. Genau. Ihr könnt es entweder mit Hand machen oder mit dem Rührgerät. Wir machen es jetzt einfach mal mit der Hand. Also wir haben hier Mehl. Alles Mehl. Dann Backpulver. Dann Zucker. Und jetzt kommen die Sachen, warum das Ganze so heiß, nämlich einmal der Quark. Jetzt kann ich auch schon direkt loslegen mit Kneten, oder? Genau. So. Dann noch Öl. Und zwei Eier. So. Und zum Schluss noch eine kleine Pflege Salz. Und dann braucht ihr viel Geduld und Ausdauer, dass daraus ein schöner Teig wird. So. Ich habe den Teig fertig geknetet. Wenn eure Finger so aussehen, dann ist es perfekt. Genau. Also der ist ja sehr saftig hinterher. Deshalb ist er jetzt im rohen Zustand noch sehr klebrig, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir legen den jetzt zugedeckt, stellen den 10 Minuten zur Seite. Und wir widmen uns jetzt dem ganzen, was da raufkommt. Also, und zwar einmal kommt da ja Streuse drauf. Das gebe ich dir schon mal. Da sind nämlich Mehl, Zucker, Butter und Zimt. Und natürlich die schönen Äpfel. Ich brauche noch kurz. Ich lege schon mal los. Ihr könnt die Schale natürlich dran lassen. Müsst ihr halt nur ordentlich sauber machen, aber ich mache hier die ab. So, ich schneide jetzt hier von den Äpfeln schmale kleine Scheiben. Die kann ich dann auch noch mal halbieren. Ja, ich lege hier los mit den Streuseln. Dafür nehme ich die sehr, sehr weiche Butter und den Zucker und vermengel das erstmal. Wenn das schön vermengt ist, dann kommt nach und nach das Mehl dazu und auch noch etwas Zimt, damit das alles sehr lecker schmeckt wird. So, Butter und Zucker ist jetzt gut vermengt. Jetzt kommt noch ein bisschen Zimt dazu, damit es mehr verspannt kommt. Und dann nach und nach das Mehl dazu geben, bis das ganze schöne Streusel, die die Konsistenz hat. Ja gut, die Streusel sehen schon ganz schick aus, aber ihr macht noch ein Eigelb zum Schluss als geheimen Rezeptur dazu, sozusagen. Dass die die richtige Konsistenz bekommen. Dann schön noch ein bisschen Fingern einmassieren. Genau. Und ich habe hier meine Apfelstücke. Die werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen mit in Zucker und Zimt ein bisschen wälzen, dass das Ganze schön süß und lecker wird. So, jetzt bilden sich hier schöne Streuselklumpen. Also das ist genau richtig. So, der Teig hat jetzt 10 Minuten geruht. Der ist immer noch relativ klebrig, deshalb roll ich den gar nicht irgendwie auf der Arbeitsfläche aus und versuche ihn dann in halben Stücken hier dann darauf zu hieven. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen... Brauchst du das Nudelholz gar nicht, oder? Ich versuche es mal mit den Händen. Vielleicht zum Schluss nochmal, damit alles schön eben ist. So, und damit das Ganze noch besonders saftig wird und lecker, habe ich hier nochmal Quack beiseite gelassen. Und das kommt jetzt hier in eine Schüssel zusammen mit Zucker und ein Ei, damit das hinterher schön zusammenhält. Also das Blech ist jetzt nicht komplett voll, wie ihr vielleicht seht. Es kommt immer darauf an, welche Größe euer Backblech habt. Wenn ihr es komplett bis zum Rand wollt, dann müsst ihr es vielleicht nochmal ein bisschen mit Mehl strecken. Sprich, also mit Mehl noch ein bisschen ran, dann füllt es auf jeden Fall mehr und geht bis zum Rand. Jetzt bei dem war es mir eigentlich egal, diese paar Zentimeter, deshalb lasse ich das jetzt so. So, das ist jetzt auch gut miteinander vermischt. Und das gebe ich jetzt hier einfach in die Mitte. Und hierauf kommen jetzt schön verteilt unsere Apfelstücke. Die könnt ihr ganz wild darauf belegen. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Pflaumen machen oder Kirschen oder was das herunter gebt. Ja, dann die Streusel zum Schluss. Schön los, fertig los. So, der kommt jetzt bei 180 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Ihr könnt einfach mal gucken, ob es schon fertig ist. Ansonsten einfach nochmal fünf Minuten länger in den Ofen. Und dann kann das Ganze raus zum Abkühlen. So, wir haben sie jetzt schon mal in Stücke geschnitten und hier auf der Tortenplatte angerichtet. Also sie sind wirklich super geworden. Wir haben hier unten unter der Apfelschicht nochmal so eine kleine Schicht Quark, was es ganz unglaublich saftig macht. Ja. Ja, super lecker finde ich auch. Schmecken so gut wie bei Mutti zu Hause. Genau. Sollt ihr unbedingt nachmachen. Da schmeckt es eh am besten. Genau. Also macht es unbedingt nach, sagt wie es geklappt hat. Abonniert auch gerne den Kanal. Fotografiert, wenn ihr es nachmacht. Und postet es gerne bei Instagram unter dem Hashtag I am Vagler. Genau. Tja, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Bis dann.